Wie ermöglichte Technologie europäische Erforschung? Die ökonomische Gelegenheit, die wegen der Unterbrechung von Landwegen entstand, stellte auch eine Herausforderung dar. Wie konnten Europäer Asien erreichen, wenn sie nicht zu Land reisen konnten? Wenn du nicht zu Land reisen kannst, wäre die einzige andere Möglichkeit, zu Wasser zu reisen. Europäer hatten Schiffe, genau wie die Menschen in China, im Nahen Osten und in Indien. Seereisen bargen aber viele Risiken. Die Schiffe waren langsam und schwer zu lenken. Auf hoher See könntest du dich leicht verirren. Schlechtes Wetter könnte deine Reise und sogar dein Leben beenden. Außerdem glaubten die Leute zu dieser Zeit, dass die Welt flach sei. Stell dir vor, du bist ein Matrose im 14. Jahrhundert. Wie würde das Zeitalter deine Meinung über die Risiken von Seereisen beeinflussen? Fast ein Jahrhundert lang verhinderten die Probleme von Seereisen, dass die Europäer neue Handelsrouten nach Asien etablierten. Im 15. Jahrhundert begannen die Europäer Schiffe zu bauen, die schneller und einfacher zu manövrieren waren. Sie begannen auch, Navigationsgeräte zu benutzen, die von den alten Griechen und von arabischen und chinesischen Matrosen entwickelt worden waren, den Kompass und das Astrolabium. Du weißt schon, dass ein Kompass dir deine Fahrtrichtung zeigt. Mit einem Astrolabium kannst du deinen Standort anhand der Sonne oder der Sterne einschätzen. Welche Herausforderungen an Seereisen könnten die Seefahrer mit solchen Geräten bewältigen?